Sie haben demnächst einen Termin zu einer ambulanten OP. Es ist wichtig, keine blutverdünnenden Medikamente einzunehmen, damit es zu keiner Blutung und keinen blauen Flecken kommt. Dazu zählen Acetylsalicylsäurehaltige Präparate wie beispielsweise Aspirin, Spalt, Alka-Selsa oder wie sie alle heißen mögen. Es ist wichtig, auch auf Vitamin E und Ginkgo-Präparate zu verzichten. Im Zweifel rufen Sie an, wir klären das. Vielen Dank!